Hi! Na? Ich dachte, du kommst erst mal wieder mit? Ja, vielleicht, dass ich mit der Sohle jetzt dann mobiler bin, dass ich dann auf die Brücken verzichten kann. Wollen wir das alles auch probieren? Oh ja, cool, dann geht's. An dem Knöchelbuch bin ich überhaupt komplett alleine schuld. Das ist ja mega Fatsch. Und das ist ja mega gut. Ja, wir haben es wieder als die Brücken. Wollen wir dann mit ihm nach Gassi gehen, oder was? Ja, sag mal, also Laufsolo schön und gut, aber ist es nicht irgendwie doch merkwürdig, wenn der Knöchel so fest eingespannt ist und unbeweglich ist? Ich stelle mir das total anstrengend und kompliziert vor beim Bewegen. Ja, am Anfang ist es ja, also bewegst du ihn ja grundsätzlich nicht, weil du ja Schmerzen hast und dann in die Asse gehen. Und das ist eine Schlaufe. Das geht. Ah, sehr gut. Das geht. Ah, sehr gut. Bis zum nächsten Mal.